So. Ich würde ja jetzt gerne mal wissen, ob wir hier schon drin sind. Da? Durch? Okay, dann speichere ich erstmal. Verlorene Stadtstand da. Aber erstmal hier. Ein paar Hühnchen aushalten. Ja, aber was passiert, wenn wir das Crystarium gleich voll haben? Weil viel ist nicht mehr. Das ging schnell. Sieben Sekunden hat der Kampf gedauert. Okay, da willst du durch? Ich nicht. Ich will. Ich will erstmal hier lang. Gucken, was hier noch so ist. Auf jeden Fall lauern hier wieder ein paar Gegner. Na, der guckt aber böse. So, jetzt können wir uns komplett um den Heerführer hier kümmern. Der ordentlich Schaden macht. Okay, wir müssen gleich den Paradigmenwechsel vollziehen hier. Nee, das ist falsch. So. So. Und weiter geht's. Damit ihr schön heile bleibt. So, das soll... Ach, falscher Knopf. Aber hier sieht man, wie viel er noch hat. Das ist gut. Ah, jetzt gehst du doch ordentlich auf die Nuss. Genau so. Und das war's. Und wieder 34 Kristallpunkte. Das ist gut. Ich will aber noch gucken, ob hier was ist, bevor wir da durchgehen. Doch, ihr seid ja einfach. Das geht schnell. Da brauchen wir nicht lange drum rum betteln. Zack, zack. Obwohl, die halten doch viel aus. Warum halten die auf einmal so viel aus? Oh, der erste ist weg. Richtig. Aber Ninn und Sasch müssen immer richtig leiden. Also, ich dachte schon, dass ich das sehe. Auf Wiedersehen. Alles gut gegangen. Puh. Ein Heiltrank. Ja, hier ist nochmal hier so eine schöne Truhe. Eine Kugeltruhe. Mit. Eine Brocken-Millerit. Und was ist das denn? Hier wird erstmal eine neue Gegner-Datenbank. Soldaten. Psychon-Herrführer. 4050. Das wissen wir doch mittlerweile. So. Milerit. Bis weinen Züngeln tanzende Flammen aus dem Ers. Als Flux-Katalysator verwendbar. Und wieder hier hin. Ach, ich kann das... Das mache ich gerne hier. So. Angriffskraft um C gestiegen. Aqua erlernt. So. Sie ist bald fertig. Da fehlt auch nicht mehr viel. Okay. Okay. Der hat es auch fast. Der ist auch schon ziemlich weit. Okay. Er braucht nur noch TP plus 20. Dann ist er auch fertig. Die Frage ist, ob ich jetzt gleich nochmal komplett zurücklaufen muss. Oh, jetzt gibt es eine Schlacht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das wären viele. Sechs Stück. Ein Hühnchen ist schon mal weg. Zwei Hühnchen sind schon mal weg. Paradigme Wechsel. Das muss sein. Ich wäre nämlich jetzt fast tot gewesen. Jetzt ist Sasch fast tot. Jetzt muss Vanille sich selber heilen. Okay. Die Aufklärer, die haben so viel. Die Feldjäger sind einfach. Drei Sterne nur. Oh Gott. Ich habe verkackt. Ich habe jetzt im Kreis gelaufen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ja gleich erfahren. Okay. Die sind schnell erledigt. Das ist gut. Da können wir das Crystarium auf jeden Fall schon mal voll machen, bevor wir weiterkommen. Die macht's alleine. Yeah. Weil ich das so viel besser finde. Die sind ja überall. Aber erst mal machen wir die jetzt hier platt. Ich will die Truhe haben. Das geht schnell. So. So schnell haben wir an seine Ruhe. Was haben wir denn da drin? Ein Dielektrikup. Schau wieder mal. Okay. Wieder runter. Ich gehe mit Absicht hier immer die längeren Wege. Das ist wahrscheinlich... Wir sind jetzt genau außen rumgelaufen. Wir wären jetzt wahrscheinlich genau... Wir wären jetzt genau hier gelandet. Ist das gut, was wir gemacht haben? Ich werde die jetzt noch alle machen hier. Und dann machen wir unser Crystarium voll. Und dann suche ich den nächsten Speicherpunkt. Und dann war es das auch für heute schon wieder. Jetzt geht's aber los hier. So. Zack, zack. Erst mal hier umändern. So. So. Erst mal wieder heilen. Okay. Okay. Erst mal den Feldjäger platt machen. Der geht jetzt richtig auf den Zeiger. Und jetzt volle Pulle drauf. Er ist alleine. Hier sind gut gefüllt. Also ran an den Speck. Es gibt hundertprozentig keine fünf Sterne. Dafür dauert der Kampf schon zu lange. Aber er ist im Schottzustand. Und jetzt sollte das kein Problem mehr sein, ihn endlich zu killen. Vier Sterne. Aber 43 Kristallpunkte. Das ist viel. Inventar. Ja. Ja, wird langsam richtig voll. TP. Und hier ist das letzte. Lightning ist fast fertig. Auch Vanille ist fast fertig. So. Sasch ist fertig. Ich glaube ein Kämpfchen brauchen wir noch. Ja. Einen brauchen wir definitiv noch. Dann kommt mal hier. Einen Kämpf will ich noch haben. Dann Speicherpunkt. Und dann fertig für heute. Den Speicherpunkt haben wir schon mal. Okay. Hier ist noch was. Zwei Analysatoren. Da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Und jetzt nochmal was. Eine Phönix. Oh. Warum kriege ich hier eine Phönixfeder? Du. Das heißt nichts Gutes. So. Na gut. Da kriegen wir das Kristallium halt nicht heute voll. Sondern erst beim nächsten Mal. Wir werden jetzt hier speichern. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann erkunden wir weiter die verlorene Stadt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein hier bei Let's Play Final Fantasy. Das wollte ich schon sieben sagen. Das war Final Fantasy 13. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vielen Dank.